Hallo, wusstest du, dass hier in Wallenhorst ein neues Therapie- und Trainingszentrum entsteht? Wenn du neugierig bist und wissen willst, was da auf dich zukommt, dann komm mal mit! Genau hier entsteht für dich eine hochmoderne Trainingsfläche. Noch ist hier Baustelle, aber in Kürze wird hier alles randvoll mit den hochmodernen Geräten von eGym und eFlex stehen, die sich genau auf deine Bedürfnisse einstellen. Und auf dieser Baustelle entsteht eine Praxis aus verschiedenen Teams, die nur an einem Ziel arbeiten, dich wieder fit zu kriegen. Neugierig geworden? Dann folge uns auf Facebook. Dort versorgen wir dich mit den neuesten Nachrichten. Hat es dir gefallen? Dann lass uns doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns demnächst. Bis zum nächsten Mal.